Hallo zusammen, heute, am letzten Tag des Jahres 2020, gibt es natürlich auch wieder ein Witz vom Schössl. Früher gab es noch den schönen Brauch des Götti-Patzes. Viele mögen sich natürlich noch daran erinnern, das sagt der Götti zu seinem Götti-Bub. Schau dir, Peterli, dieses Jahr aufs Neujahr bekommst du von mir einen blitzblank polierten Fünf-Lieber rüber. Peterli hat den Fünf-Lieber genommen, sagt dem Götti, aber Götti, so eine alte, verkrügelte, dreckige, 20er-Note hat es einmal auch da. Heute ist es so fester und morgen ist Neujahr. Götti, gib mir einen Batzen, sonst nimm dich dein Haar. Und jetzt wünsche ich allen einen ganz guten Rutsch. Und weisst du was, wir sehen uns das nächste Jahr wieder.